Ich heiße nicht nur Raven, sondern nochmal wieder herzlich willkommen bei hier bei Disney Dreamlight Valley. Und ihr seht, wir haben unsere Schmocktron, eine Schmocktron ein bisschen umdesignt, ein bisschen mehr auf Survival getrimmt. Außerdem wollte ich die Schuhe tragen, die sind cool. So, die Harry Potter Gedenkbrille darf nicht fehlen. Und Fischbrötchen. Ich habe eine sehr verrückte Idee. Und dafür brauche ich Fisch. Downstage Sherlock. Also ich brauche Fisch. Und den angeln wir uns jetzt. Und optimalsten direkt, wenn das funktioniert, ah scheiße, wenn das funktioniert, was ich vorhabe, brauchen wir direkt drei. So, eine Brasse. Ah, hier? Guck mal, wie perfekt ich heute bin. Das ist also, dass ich, die Schuhe, die Schuhe geben sicherlich plus fünf auf Angeln. Darf ich übrigens anmerken, dass es total verstört ist, dass da hinten an der Bank immer noch auf dieser medizinische Container steht. Das ist so gut. So, wir haben unser Haus noch nicht weiter ausgebaut. Wir sind noch nicht wirklich näher an unserem Pool gerade. Wir haben 9000. Wir könnten unser Inventar dafür erweitern. Kost aber auch. So, ich möchte den Wels hier reintun. Und ich möchte Weizen hier reintun. Und der Scheiß funktioniert. Es funktioniert. Wow. Wow. Wir können Fischbrötchen machen. Oh, super. Oh, großartig. Ich bin Fan. So. Ne, das ganze Essen an. Folge mit zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf den friedlichen Wiesen gefunden. Entschuldigung. Wetterumschwung. Das ist ja gerade wieder ein bisschen die etwas frischere Weihnachtszeit. Hier. Das ist ein Apfel. Und was gibst du mir dafür? Oh. Gibst du mir auch hier etwas Cooles? Oh. Oh. Rafiki. König der Löwen. Nice. Wir müssen ja echt mal langsam hart grinden gehen. Aha. Da, wo wir Geister-Mini gesehen haben. Hm. Oh, ich freue mich so nicht zu sehen. Den Himmel. Das Gras. Aha. Er spricht von ihr in der Vergangenheitsform, als wäre sie tot. Ich glaube, da passiert etwas. Ist das Mini? Was ist das wirklich? Wo ist sie? Mini ist nicht verschwunden. Ja, natürlich. Natürlich. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Ausbilden, wie wir Mini zurück ins Tal bringen können. Ja. Deine Hilfe können wir schaffen. Natürlich mit meiner Hilfe. Das ist der gleiche Text, wie gerade. Okay. Der hat die Quest einfach nicht getriggert. Aber warte, jetzt kann ich sagen, ich habe etwas für dich. Hier. Friss den Burger. Und es gibt mir hier dieses komische Dingens. Und mich pusht es hoch auf Level 9. Alter, der Astralhose. Man kann ein ganzes Set zusammensammeln. Ich werde der Anführer von Dreamlight Ready. Finde ich gut. Erstmal, Respekt, dass das funktioniert hat. Zweitens. Großartiger Rock. Astral Stiefel. Wir können da also noch richtig krass was von bekommen. Reißaufgaben. Reißaufgaben. Oh, das klingt falsch. Das klingt falsch. Storyaufgaben. Freundschaftsaufgaben. Wir machen erstmal hier Reißaufgaben. Dazu machen wir hier wieder einiges für weg. Wachst ja immer nah. Das ist ein bisschen blöd. Also man kann hier gar nicht so richtig schön asymmetrisch aufrollen. Das triggert mich ein bisschen. Ich meine, ja, es ist gut, dass einem so die Ressourcen nicht verloren gehen. Aber es ist schon schwierig. Sehr schwierig. Ich meine, dass diese Ranken immer wieder kommen. Die sind ja eben wie storybedingt. Das ist klar. Mal gucken. Ich schaffe das auch, die Mode, die wir schon haben. Ich will ja diesen Glastisch haben. Erstmal öffnen wir die Truhe. Ich weiß, mein Inventar ist voll. Wir haben bei Mickey einfach mal so eine Blumenwurst immer gepflanzt. So, neues Kleidungsset. Rote Mickey-Ohren-Stirmband. Geil. Das war es richtig wert. So, wir lernen jetzt eben kurz unser Inventar. Ich glaube aber, wir erweitern erst unser Inventar einmal, damit wir ein bisschen mehr sammeln können. Weil das ist ja echt, äh, sind ja echt keine Zustände, die wir hier haben. Komm, einmal machen. Oh, bringt das wenig. Was ist das nächste? Bruder! Das ist echt nicht cool. Wir können ja mal eben gucken. Der braucht noch eine Vorspeise. Bruder aber Rutenzi, die werden wir da bei ihm los. Nichts. Nichts, nichts. Das heißt, alles andere können wir eigentlich verkaufen. Gut. Dann heißt es nochmal eben zu... Ah, hier? Guffi? Hier? Ja? Wie die auch? Hey, Nickel-Kernickel. Ich hasse euch. Ich will was verkaufen. Ich will den Salat verkaufen. Ich will die Granats verkaufen. Ich, ähm... Ich will die Rohkost verkaufen. Ich will das köstliche Gemüse verkaufen. Obwohl, nee. Da brauche ich eins, glaube ich, für. Bin gerade unsicher. Aber wir verkaufen noch die Beeren. Ich muss mal eben schnell schauen. Vorspeise. Verdammt. Was ich jetzt... Ah, das war Dagobert. Okay, das kann dann verkauft werden. Oder ich fress es halt einfach. Ich fress das Zeug. Fertig. Halbe Folge. Schon fast wieder rum. Wir holen hier eben unser Dreamlight. Und geh zu Wall-E-Up auf dem Planeten. Und geh zu Wall-E-Up auf dem Planeten. Hey, Broly. Hey, Broly. Schau, was ich hier schön für dich habe. Ich wusste, sie wird mir gefallen. Okay, kann ich nichts mehr weiter machen? Wenn du jemandem Haus baust, so wolltest du ein Haus bauen? Wie? Jetzt wird es interessant. Ah, einziehen, aufstellen eines Hauses. Natürlich Dagobert. Gut. Möbel. Wall-E. Wall-E. Wallys Lastwagen. Aha. Kannst du sie auch auf der Wiese stellen? Ja, ich kann sie auch auf der Wiese stellen. Guck mal. Goofy, wirst du Nachbarn? Ah, hier ist doch ein Story-Haus wohl. Ich weiß halt nicht, wie das Haus wirklich aussieht. Wie da? Ich stell's einfach mal. Hier hin. Oh, das Haus zu bezahlen. Ich wusste es. 2.000, okay, das geht noch. Wunderschön, wunderschön. Wir haben unseren ersten Bewohner im Dorf. Ja man, Selfie mit Wall-E. Beschuldet mir übrigens 2.000 Goldmünzen. Ja, ja, die Sammlung Charaktere. Ach, das ist, das ist, oh ich bin so ein Idiot. Guck mal. Das ist gar keine Nierenbox. Das ist Wallys Box mit der Blume und der gibt gut Geld bei den Leveln. Aber es besteht keine Gefahr. Kann ich mit deinen Nachbarn bekannt machen? Ey, Goofy, der neuer Nachbar. Du musst jetzt aufhören, Nackt zu putzen. Ja, Interaktion zwischen den NPCs, das ist interessant. 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 Ich bin so ein Trick für meine Nachbar. Ich bin so ein Trick für mich. Ich bin so ein Trick für mich. Aber wenn es dich aufhören, Dieser Ort hier ist der Knüller. Okay. Das ist also froh, Goofy getroffen zu haben. Wirkst entspannter. Kein Stück, aber okay. Das ist jetzt nicht schön. Okay, wir können beides tun. Hallo, ich will dich füttern. Wird eigentlich mit? Ja. Boah, ist ja cool. Pflücken. 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 Und jetzt ein Tier suchen. Hey, du, du, du lässt mich so hinterher. Willst du, willst du was? Äpfelchen? Hallo, ich brauch dich für eine Quest. Das Mistviecher. Okay, gucken wir mal unten. Ey, das sieht jetzt einfach so Fehlerplatz aus. Oh, du Scheiße. Hey, hey, Häschen, Häschen. Häschen, hopp. Okay, den muss man ja immer erst hinterherlaufen. Okay. Das hat jetzt nicht funktioniert. Natürlich. Eichhörnchen mögen. Das. Die brauchen, die brauchen hier. Burn. Verdammte Naturgesetze. Auf einer Skala von 1 bis A. Ah, wie sehr triggert euch mein Feld. Kannst du dich annähern? Kannst du dich mal annähernd annähern? Annähernd annähernd. So, jetzt haben wir Mörn. Jetzt suchen wir wieder Kanickel. Hey, ich hab einen Job fertig. Ja, gleich. Ich muss erst mal Kaninchen füttern. Ey, dieser Bunkerwagen hier. Das krieg ich einfach nicht auf die Reihe. Äh, hier. Und der Scheiß funktioniert. Guck mal, Rowley. Haben wir das nicht schön gemacht? Das ist so, der angehüllt. Der hat gerade angehüllt. Wie cool. Okay, da haben wir die Folge jetzt, ähm, Rowley geholt. Und ja, noch ein bisschen ernten und so. Machen wir noch ein bisschen hier. Ich vermute, das da wird das Haus von Mini, wenn wir sie wieder geholt haben. Das ist nämlich gut möglich. So, dann gucken wir doch mal. Erstmal wieder die Dreamlight-Guy an. Aufgaben. Mit großer Macht ist die nächste Story-Mission. Und wir haben hier noch eine... Ursula. Goofy-Level 6, Mickey-Level 6, Wally-Level 2. Okay. Das heißt, ich muss grinden. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Reingeholt.